Die Maschine, die Maschine. Kannst du mir das erklären? Nein, das ist ein bisschen nachher. Was Sie denn machen? Nein, nein, nein. Was Sie aber letztes Mal herausgefunden haben, war doch Käse. Sie haben sich bitte nicht an Zahlen gezählt. Nein! Daran ist es. Was gibt es? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn jetzt? Das ist ja voll. Da kann ich auch nichts glauben. Herzlich willkommen im Kloster Hornbach. Sie sprechen mit Stefanie Urbaneck. Hallo! Ich würde gerne bei Ihnen einchecken! Entschuldigung, ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Einchecken bei Ihnen! Ja, sicher. Nein, das ist gar kein Problem. Danke! Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und freuen uns auf Ihr Kommen. Danke! Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag.